Aliens über Deutschland. Am abendlichen Himmel erscheint dieses mysteriöse Flugobjekt. Zu sehen von Berlin, Bayern und Sachsen. Doch schnell ist klar, hierbei handelt es sich nicht um ein UFO, das mit Aliens die Erde angreift, sondern um Teile der Superrakete Ariane 6. Der am Dienstag gestartete Flug der 56 Meter hohen und 540 Tonnen schweren Rakete war auf knapp 3 Stunden angesetzt. Während auf der Plattform Reddit schon über Aliens und kosmische Wesen diskutiert wurde, war das Objekt in Wahrheit die Rakete selbst auf dem Weg ins All, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt BILD bestätigt. Also keine Panik, noch greifen Aliens Deutschland nicht an. Dafür hat Europa wieder einen unabhängigen Zugang zum Weltraum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017